Das sagt er recht, oder? Sorry, Jonas. Boah, ich hab so's Gefühl, wir brauchen bald ne eigene, für jede Holzart ne eigene Kiste. Ja, kann gut sein. Ich brauch jetzt eh gleich voll viel Holz. Warum? Weil, ich baue mit Holz. Nimm aber das Birkenholz. Nein. Junge, da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks, 2 Stacks, Bretter und nochmal 19 Holzer. Das geht jetzt nicht. Mach mal deine Türe zu, Jonas. Welche Türe? Achso, meine Zimmertüre. Ja. Ja, warte kurz. Welche Türe? Haben wir Karotten schon angebaut? Ja. Gut. Dann kann ich die jetzt einfach in die Kiste klatschen. Haben wir hier irgendwo ein Schwert? Du. Muss ich mir jetzt wieder einzukraften. Also, wie viel Leben haben wir bitte, äh, Thorn? Ich brauch Essen. Das ist Lehm. 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 Wo hat's Essen? Nein, nirgends. Wir haben kein Essen. Oh Mann. Mann, Juli. Und wo ist Holz? In der anderen, in der geilen Küste. Welche geile? Die hier. Das heißt, Don. Ach, in der. Wir haben, wir haben ja echt keine Setzlinge. Hm, nein. Janis, du hast doch Setzlinge gefahren. Ja, in der Holzküste. In welcher? In der, wo das ganze Holz drin ist. In der hinter dir. In dieser. Wum. Ach nee, halt, ich brauch Samen. Da ist das ganze Holz drin, Juli. Ja. Das ganze Holz, was wir haben. Miau. Oh. Da ist aber auch noch Holz drin, Janis. In der Küste hat du nicht sorgfältig aussortiert. Das kann schon mal vorkommen, dass das passiert hier. Ah, da ist auch noch Holz. Die Truhe, das ist auch Holz. Da hat sehr viele Karotten. Ja, hat's. Weiß, wer sich jetzt die Enderperle nimmt und ganz weit weg fliegt? Äh. Okay. Warum hat die Trissi da rein? Die hab ich doch dir gegeben. Hallo. Bist du auch noch da? Ja. Ach, genau. Ich wollte doch ein Schwein holen. Ich lehne mich jetzt zurück. Oh, ist das angenehm. Da kommt Jonas. Ja, hau nicht mit dem Schwert. Schwein und Eier. Eier brauche ich auch ganz viele. Ganz viele Eier. Ganz viele Eier. Erst mal einen Wald hier setzen. Oh, erst mal runterfallen und Schaden kriegen. Gell? Erst mal vorm Stall einen schönen Wald machen. Ah, du bist so ein Mungo. Ein Ei. Ein Ei. Oh, scheiße, jetzt bin ich noch ein Ei. Ja, ja, und ich hab zwei. Aha. Das glaub ich dir nett. Beweis. Videobeweis. Videobeweis. Basecam. Okay, Morten. Perfekt. Morten hier auf dem Video. Morten hier auf dem Channel. Jawohl, hier ist klein Schwein. Gib'n Strike. Oh, danke. Schwein. Boah, also das Schwein sieht die Karotte nett, oder? Äh, hallo? Oh, das reagiert eiskalt nicht auf die Karotte. Würde ich auch nicht, wenn die an das vor mir steht. Ah, vielleicht ist da unten. Geronimo! Autsch. Jawohl, das reagiert. Oh, und ich hör schon wieder ein Skelett. Hör auf zu essen. Ach, hier hab ich auch noch ein paar Sitzlinge. Komm schon, Schwein, los. Dumm. Äh, wie viele Kühe haben wir eigentlich, Dreiege? Zwei. Ja, ich dachte, du hast die gefüttert. Nö. Soll ich die füttern? Ja, klar. Wir wollen ja mehr. Ich hab die zwei aber jetzt schon geschlachtet. Falls du das getan hättest, hätt ich dir so eine verpasst, dass du's nächste Mal beide Kühe geholt, holen gegangen bist. Sei ruhig, ich hab beide geholt. Nein, du, eins hat, das eine von dir hab ich wieder geschlachtet. Das eine war noch von mir. Äh, eins, Jannis, ich kann da nicht rein. Weil da kein Tor ist. Dann hack das Ding weg. Oder fütter die von außen oder mach ein Tor. Und jetzt ist das Schwein da oben stehen. Ich glaub's ja nicht. Diese Schweine. Alter, was geht in der Skype-Gruppe ab? Ich kann die nicht füttern. Warum nicht? Weil die nicht zu mir kommen. Ich hab so's Gefühl, man muss die Viecher erst immer mit dem Schwert schlagen und dann... Und dann das Essen hinheben und dann kommen die erst. Nee, nee. Nein, nein. Ganz sicher nicht, weil die dann ja von dir weglaufen. Ja, ach was. Aber das Viech... Das... Wo ist das jetzt hin? Leil, ist das jetzt grad die spawned, oder? Ach nee, das ist da hinter mir. Fuck. Dachte grad, das wär weg, aber das ist nur die spawned. Äh, das ist nicht die spawned, sondern war einfach nur... nicht da. Fuck. Das Schwein ist zu dumm zum Schwimmen. Jetzt mal ohne Spaß. Wie lang ist Triss hier eigentlich noch in der Höhle? Oh Mann, jetzt kommen ja... Nein, jetzt kommen gleich wieder die Monster. Jetzt hat sie bitte ihren Satz gesagt für diese Folge. Du sagst wahrscheinlich einmal was in einer Folge und dann war's das. Das heißt nicht zu sagen. So, jetzt haben wir auch zwei Schweine. Ist so uninteressant in der Höhle. Äh, wo ist denn die Karotte? Wo habt ihr denn die Karotten angepflanzt? Auf dem Feld. Wenn du davor stehst ganz rechts. Egal, ich geh jetzt erst mal wieder hoch. Ich hab kein Bock, ernst nachtisch draußen zu sein. Können wir nicht alle schön schlafen gehen? Wo ist Trissi gerade? Jule? Ey Juli, denkst du, ich treffe von hier oben das Gehege von den Hühnern? Nee. Hast du sogar recht? Lol, ist da gerade ein Hund? Da ist gerade ein Hund rausgekommen. Da muss ich jetzt gucken. Alter, wenn da ein Hund rauskomme ich. Alter, da mach ich nur noch Eierlauf, Alter. Ey lol, ist das ins Wasser gefallen? Okay, da ist nichts rausgekommen. Oh mein Gott, vier Skelette. Ah! So, wie mache ich denn die obere Etage? Kann jemand bauen von euch? Ja. Was? Nein. Was denn? Bauen. Nee, nee, wansch. Ich brauch Trissi, weil die kann gut bauen. Hat's irgendwo was zum Essen? Natürlich kannst du gut bauen. Wieso sagst du, dass du nicht gut bauen kannst? Weil ich nicht gut bauen kann. Hallo, hat's irgendwo was zum Essen? Ja, hier, Mann. Ah. Brot. Und ich hab's Gefühl, ich mach jetzt mal so eine Pilz-Farm. Aber Trissi, du musst ja noch dein Haus bauen. Kann ich die Steine haben, die ihr da geformt habt? Ja. Die echten Steine? Ja, die normalen Steine. Für was? Eine Pilz-Farm. Was brauchst du da? Steine? Die kannst du nur mit Steinen bauen. Echt jetzt? Ja. Meine Söhne Steine! Wo soll ich denn die die hinbauen? Ja, das weiß ich nicht. Soll ich die direkt hier vor's Rathaus nahballern? Hm. Ha? Weiß ich nicht. Ja, oder ich kann sie doch in den Berg reinmachen. Da sind sowieso schon Steine. Bruder. Ja, mach das. Hat jemand Fackeln für mich? Ne, wir haben keine Kohle. Trissi, ich noch unterwegs. Hm. Trissi, wie viel Kohle hast du dabei? Dreieinhalb, sechs. Was? Dann farm ich doch mal die Kohle, die hier draußen so offensichtlich rumhängt. Wortwörtlich, Juli. Ja. Macht es. Die haben... Oh, ich dachte gerade, da waren wir... Da waren wir nur zu faul, das abzubauen. Ja, ich seh's. Das dauert ja ewig mit der Steinspitzhacke. Ja. Hat jetzt Trissi Obsidian eigentlich abgebaut? Ja. Ja, oh Gott, dann weiß ich schon. Wenn Trissi daheim ist, will Janis erstmal in den Nether. Ohne Rüstung, ohne alles. Was, du hast... Was, was, was? Ich höre gerade Nether und Nether-Portal und Obsidian. Ja, wir sind schon drin. Ja. Was?